Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das hier ist ein kleines Infovideo für alle, die ein Account-Overview haben wollen. Es ist egal, ob ihr männlich oder weiblich seid, ob ihr Stufe 60 oder Stufe 95 seid. Ihr könnt natürlich auch noch Stufe 40 sein, nur dann gibt es halt eben noch nicht so viel, was ich mir anschauen kann. Falls ihr allgemein mal wollt, dass ich drüber schaue, könnt ihr mir auch eine Nachricht schreiben. Und wo geht das? Nämlich auf meine Facebook-Seite, psycho-dyt. Da könnt ihr mir eine Nachricht schreiben, wenn ihr ein Account-Overview haben wollt oder einfach nur wollt, dass ich mal drüber schaue, um euch direkt zu sagen, wie es dann so aussieht. Also, um euch direkt helfen zu können. Ich habe eine Liste, da werdet ihr dann eingetragen und ich arbeite diese Liste der Reihe nach runter. Was bedeutet, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich würde mich sogar auch mal freuen, wenn mal eine Lady dabei wäre, denn viele erwarten ja von Ladies nicht, dass die zocken können oder so viel zocken können. Deswegen wäre das auch ganz schön, da etwas zu zeigen. Aber ja, nochmal zusammengefasst. Jeder, der Bock hat, kann mir eine Nachricht auf meiner Facebook-Seite, psycho-dyt schreiben. Dann werdet ihr die Liste eingetragen und dann mache ich einen Account-Overview. Falls ihr wollt, dass ich schon mal vorab drüber schaue, kann ich auch schon vorab mal drüber schauen. Schreibt das einfach in die Nachricht. Und ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ist, wie gesagt, nur kurz und knapp, einfach so ein kleines Infovideo für euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich noch mehrere Account-Overview-Vorschläge bzw. Anfragen bekomme. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.